Warum nicht? Oh, noch eine fähig, das wäre so cool gewesen. Hätte ich 2,6 Millionen gehabt. Ach so, Julien, ich schon auf. Hätte ich schon eine Feuerleitanlage drauflegen können. Ich finde, das lohnt sich irgendwie bei den Amis nicht. Oh, gegen Siebener, oh, die Armen, die tun mir aber leid. Oh, ja. Weißt, was ich schon hab? AP, HE, bomb. Siebener tun mir nicht leid. Vielleicht kann ich auch meinen neuen Schadensrekord ausbauen. Du musst mir nur einen Gefallen tun, was? Siehst du, die hat Atlanta? Wenn du die siehst und weghauen kannst, wäre schon mal nett. Jo. Kann noch 32 Kilometer schießen, das passt doch. Boah, die Yamato! Nee, Iowa, meine Schießsporen 3. Ich hab ne Yamato im Gegnerteam. Ach so. Wir haben ne Lexington im Gegnerteam, das heißt, nur ein Jäger kann, wenn er eine Abfangstaffel hat. Lexington ist scheiße. Der hat nur einen Jäger, ne? Hier, SPÖ kann's bestätigen. Hm? Und Julian auch, dass die Lexington scheiße ist. Ich hab heute schon zweimal ne Lexington... Lexington hab ich geil gefunden. Die Lexington hat mir richtig Spaß gemacht. Es geht nicht darum, es geht um gestern. Also, ich hab ne Kraftseppling, ich werd die mal wieder zum Bluten bringen. Ich in meiner Fuso. Wir könnt ja auch mal wieder Queen Elizabeth fahren. Ich verlieb aber Johnny. Curry, was ist gerade mit dir los? Hast du nen Frosch verschluckt oder nen kleinen Curry? Buhuhuhuäh! Buhuhuhuäh! Ah, war gestern sehr lustig. Könnt ihr mich… Meine Fuso war aber nicht begeistert von der Lexington. Die Lexington kann nix. Ich hatt nur eine Abfangstaffel und die mach ich fertig. Die hat mich bis auf 2000 Leben rausgebombt nach Fischwürde Was wär's, als sie eine Kraft-Sapping gemacht hätte mit dir? Mit einem AP-Bomb Bis auf 3000 Schaden hat die mich komplett alleine rausgenommen Boah Du bleibst der mit Allein, allein, fliege Ah, danke, also SBÜ Ich trage in die falsche Richtung, weil ich gerade Wo ist hinterher dich fahren? Das war doch Ich komme da sowieso da und wo ran Deswegen ja Wui Sieht das schon unter Wasser, Ballett, was wir hier machen? Ja Bei mir schon, bei dir nicht Doch Ja, ich hatte Pirouette gemacht Hat nur 5 Minuten gebraucht So, ich mach schon langsam Fährst du jetzt, oder? Ja, ich will hinter dich Ja, na gut, da fahr ich jetzt vor So So Da sind die Batterien Da kann ich rein Da kann ich reinschießen Genau da Genau da Ist nichts Schönes dabei momentan für mich als Ziel Für mich auch nicht Muss ich auch mal hier Er hat kein Seins Zweig versaut Ne, Monty, was ist? Wo stehst du? Ich gehe immerhin nur auf 20 Kilometern Ja, es ist total affig Ich bin schon wieder offen und ich kann auf nichts wirken Das ist offen Hüften homes Und rums Offen für neues Die New Orleans ist auch sehr, sehr schlau, ne? Da, Hüxin Yang. Ich kann nur jetzt schießen, also weg. Dann wäre ich wieder rosa. Oh, Geisenau. Ich hatte Fenton geteamkilled und ich bin kein Teamkiller geworden und der heute das gleiche bei mir. Ja, mit deinen Fünffach-XBs. Alter, Geisenau. Curry, Geisenau brennt dreimal. Die arme. Das arme Deutsche. Ja, ich habe deutsches HE geworfen. Was denkst du denn? Warum gräuchst du als Deutscher Deutsche an? Das ist bei dir falsch. Weil er auf der falschen Seite steht. Ja, ich fresse mal wieder. Aber du bist nicht so fett wie Phantom. Soll ich nicht rüberkommen auf deinen Server? Ja, wir sind doch auf dem gleichen Server. Ich meine im gleichen Spiel. Ich habe eine Missouri, kein Problem. Macht mir nichts. Ich habe heute schon mit HE zu Missuris besiegt. Aber du bist eben Abgeordnete von der Missouri. Weil ich auch einen T-6er Flieger hatte. Oh, dann werden wir Torpedos fressen. Oh, doch nicht. Ja, ich werde, glaube ich, von der ganzen Flotte jetzt gerade über angegriffen. Ich treffe nicht an. Es kommt so bis auf die Runen hier. Kannst du doch mal treffen, oder? Die Runen. Nee. Die Runen. Äh. Wow. Die haben eine Mino. Die schießt auf mich. Und hat eben auf dich geschossen. Ja, die hat bis eh gerade noch auf mich geschossen. Das habe ich nur gewundert. Ich dachte zuerst, das ist die G-Ring. Was? Ey, 1000 Schaden. Und ich bin gleich weg. Ey. Oh. Es wird so ein Scheiß mit dem Ding. Ey, Ausgebot ist ja besser. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so ist das echt rotze. Unser Team musste mal langsam pushen, ne? Was macht unsere Monty da hinten eigentlich? Die hat uns gerade angepingt und jetzt ist die ganz hinten immer noch voll. Weißt du noch vorhin unser DD? 9,4 Kilometer Torpen auf dem 10-Kilometer-Ziel. Wer meint, ich soll besser spielen, aber er selbst macht den größten Scheiß? Vor allem die Kit hat erstmal alles umflankt hier. Kit? Ich glaube, ich hol mir die davon. Die ist gut. Ich muss sagen, trotz einem Torpedo-Werfer mache ich gute Runden mit der. Du topst ja auch nie. Ich tope mit der. Mit normalen Schiffen topst du nie. So. Ja, abhallen. So, Akazuki. Jetzt willst du mal HE-Bomb fressen. Ah, die frisst jetzt. Aua. Die arme Kit. Äh, SSBN. Drei abprall auf diese Scheiße-Iowa. Die ist breitseite. Leicht angewinkelt. Von oben drauf. Vor allem good job. I-I-Jits, ey. Good job, I-Jits, ja. Die steht da doch hinten und campt immer noch mit vollem Leben. Das sind die besten, ne? Die Steam-Killer. Und campt. Hat jetzt die SSL-Werper bekommen. Fängt uns vorher an, dass wir campen. Dabei waren wir auf zwei Kilometer, glaube ich, oder so. Und Gegner irgendwie schon dran. Und ging dazu der. Bam, 24. Schaust. Optisch verändern sich ja die Briten nicht bis zum Minotor, oder? Also, die bleiben in etwa immer gleich. Meint ich ja. Optisch, so ich bin gerade die Neptune hier angucken. Oh. Die Denta kommt von hinten. Na, ist nicht gut. Alle Kurva-Stado-Baranov. Ich glaube, der ist betrunken und ein Russe. Kurva ist nicht nur Russisch. Dann halt ein Polner. Das ist nicht Polnisch, das ist Ukrainisch. Dann halt ein Ukrainer. Das ist doch Russe. Na, das kommt drauf an auf die Bedeutung. Das kann Hündin, Hund oder Hure heißen, oder perversen. Ich glaube, der meinte Hure. Oh, unsere mit... Oh, bist du das dein Ernst? New Orleans, vier Kilometer neben dir steht ein DD und du schießt auf ein Baby. Das war doch auch unser DD. Ja, auch eine Akatsuki, ey. Wir hatten aber eine Yugumo. War es nicht die Akatsuki, die bei uns auch voll die Scheiße gebaut hat heute? Das war die bei mit Shader. Das wir den gesniped hatten. Alter. Ja, die war so doof, ne? Da macht er mich an als CW. Dass ich schlecht bin. Ja, ich toppe nicht auf 9,4 Kilometer. Alter, der Tashkent ist Russe, oder? Ich kann meinen Flieger nie auswählen, richtig? Was hast du eigentlich immer? Wie ist immer irgendwas kaputt? Die spinnen wohl. Oh yeah, ich kann den mobben. Hey, ich schieße der Breitseite drauf und mache 6 ab, Proller. Auf der Entfernung. Auf der Alabama. Tashkent hat irgendwie keine Arme. Aha. Naja. Nein, ich versuche jetzt die Akatsuki rauszuholen. Die geht mir auf den Sack. Außer Yorke schafft das jetzt. Oh, der ist ja nochmal Yomato. So, ich helfe dir jetzt bei deiner Wärme. Och, Mino. Fuck nicht ab. Äh. Oh, Fick. Oh, 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 oh. Wie habe ich gerade auf einmal so viel gefressen? Eigentlich spielt sich Kavs-Hetli nicht doch nicht so schlecht wie den HE-Bomben. Da, da. Da. Und SBÜ? Was du? Junge, ich streite bei ihm durch. Da schießt mir eine Jäger ab. Oh, dass er es strikt. So, da bin ich wieder. Na, welcome back. So, willst du Queen Elizabeth fahren? Nö. So. Obwohl, ich habe noch eine Fuso. Stimmt. Da war was. Wolltest du nicht Bujoni machen? Mhm. Fuso ist so, ähm. So, ähm. So, ähm. Ich will keine TV haben. Oh, Atago. Fuso weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich mag die manchmal so nebenbei. Ich bin schon lange nicht mehr ausgefahren. Keine Queen? Hm? Keine Queen? Ja, kriegst du halt eine Queen. Wenn du die Queen gerne sehen möchtest. Die ist aber hässlich. Nein, die Queen ist schön. Nein. Ich sag nur den Detonationstreffer gestern. Der war, ähm. War sehr witzig. Boom! The Turpets. Aus Gummiboot. Gegen die wir beim letzten Klangkrieg gekämpft haben. Ja, Gummiboot. Ja, gegen die haben wir verloren. Ja. Ganz, äh. Ich muss gerade sagen, ich mag meine Bomber, ne? Die holen gerade sehr viele Jäger weg. Nicht nur, ach so. Ich hab mich schon darauf vorbereitet, dass du gesagt hast, die holen ganz, äh, gerade ganz viele Jäger runter. Ich hab mich darauf schon vorbereitet. Aber wir hatten knappes Spiel bei uns. Bei uns nicht. Bei uns ist eindeutig. Ich find's einfach geil, ne? Möchtest du zu A? Dass der aus zwei kaputten Jäger-Staffene eine Einer macht. Bei einer. Das ist scheiße. Ich tropp, glaub ich, alles weg. Ich fahr gleich an die Turpets ran und tropp die weg. Oh, wir haben einen mit einer Krake. Mit meinen unglaublichen 4km-Trops. Ich... 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 Er... Er fragt immer nach einem Plan. Ähm... Kill all? Wir schieten hier nicht. Weternplan? Schieten nicht. Planwang? Oh! Ah, jetzt ist die Rolle jetzt bei Phantom! Oh! Oh, 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 oh! Oh, aber es wird ein Sieg! Beaver und Brian! Okay! Chucky Sprite! Okay, super! Ach nee, hab das nicht! Naja, 57k Schade! Oder Credits! Schade! Vierter Punkt! Oder Modem! 57km Modem! Hm, vierter Punkt! 57km Reichweite! Ich hab die neue, äh, Moskva! Uh! 9 11 13 14